Alan Alexander Milne, der Raub des Sherlocks Im Sommer des letzten Juni kam es dazu, dass ich unerwartet in unsere alten Räumlichkeiten in der Baker Street zurückkehrte. Ich hatte am Nachmittag wie gewöhnlich eine Hausvisite gemacht und in meiner Nervosität und Aufregung war mir das Fieberthermometer in den Hals des Patienten gerutscht. Um meine innere Ruhe wiederzufinden, war ich zu unserem alten Quartier hinübergeschlendert und saß gerade in meinem Lehnstuhl und dachte über meine alte Wunde nach, als plötzlich die Tür aufging und Holmes nachdenklich unter den Tisch rutschte. Ich sprang auf die Füße, stolperte über den persischen Hausschuh, in dem sich der Tabak befand und fiel in Ohnmacht. Holmes zog seinen Hausrock an und rief mich ins Leben zurück. Holmes, rief ich, ich habe geglaubt, du seist tot. Ein Zucken des Schmerzes schoss über seine beweglichen Augenbrauen. Hast du nicht mehr Vertrauen zu mir gehabt? fragte er voll Kummer. Ich will es erklären. Kannst du einen Augenblick für mich erübrigen? Gewiss, antwortete ich. Ich habe einen hilfsbereiten Freund, der mich für diese Zeit in meiner Praxis vertreten wird. Als Antwort blickte er mich durchdringend an. Mein lieber, lieber Watson, sagte er. Du hast dein Fieberthermometer verloren. Mein lieber Holmes, begann ich baff erstaunt. Er wies auf eine kaum zu übersehende Ausbeulung an seinem Hals hin. Ich bin dein Patient gewesen, sagte er. Geht es noch? fragte ich besorgt. Sehr schnell, sagte er mit Vorrührung fast erstickter Stimme. Ein schmerzhaftes Reißen flog über seine beweglichen Augenbrauen. Holmes' Beweglichkeit ist in Soldatenclubs Zielscheibe des Spots. In kurzer Zeit war die Beule verschwunden. Er gebot mit der Hand schweigen und holte ein altes Scheckbuch hervor. Was würdest du daraus ziehen? fragte er. Das Guthaben, schlug ich voller Hoffnung vor. Welchen Schluss, habe ich gemeint, fuhr er mich an. Ich untersuchte das Scheckbuch sorgfältig. Es war einst der Lloyds Bank, halb leer und sehr, sehr alt. Ich versuchte draufzukommen, was Holmes gefolgert haben würde, aber ohne Erfolg. Zuletzt fest entschlossen, auf mein Geld nicht kampflos zu verzichten, sagte ich, der Besitzer ist ein Waliser. Holmes lächelte, griff nach dem Buch und nahm folgende Schnellanalyse des Falls vor. Er ist ein großgewachsener Mann, Rechtshänder und ein guter Boxer, ein genialer Geigenspieler mit einer unübertroffenen Kenntnis der Verbrecherwelt Londons, außerordentlichen Fähigkeiten der Wahrnehmung, einem vollkommenen mächtigen Denkapparat und zu guter Letzt hat er sich seit beträchtlicher Zeit verborgen gehalten. Wo? fragte ich, zu interessiert, um mich zu fragen, wie er so viel aus so wenig gefolgert hatte. In Portland. Er setzte sich, drückte die Asche meiner Zigarre aus und bemerkte, ach, Flörde Dingdüdel, wie ich sehe, kannst du mir folgen, Watson? Und dann, indem er seine Enzyklopädie Britannica aus dem Schuber holte, fügte er hinzu, es ist mein eigenes Scheckheft. Aber Marietti, stöhnte ich, es gibt keinen solchen Menschen, sagte er, das ist nur der Name einer Suppe.